Willkommen zurück zu Mars Effect Andromeda. Wir sind noch auf Haval, haben eine ganz spezielle Aufgabe, die wir noch erledigen müssen, und zwar wir sollen zurück zu den Ramblin Druins für Peavey. Und ich hätte ebenfalls geguckt gehabt, was man sonst noch so machen kann. Es gibt noch eine Sache, die ich jetzt direkt gefunden hatte, ich glaube unter Additional Tasks, und zwar hier Roka Manifestos zu finden auf Haval. Jedoch, wenn man das Ganze ankriegt, hat man keine genaue Hervorhebung, wo man den Spaß wirklich suchen soll, und dadurch, dass auch nicht wirklich dabei steht, oh, ich suche drei Stück oder ähnliches, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich keine Lust habe, hier durch diese Welt zu eiern, in der Hoffnung, irgendwie zufällig auf die zu stoßen. Also hätten wir die so nebenbei gefunden, cool, aber so muss ich ganz ehrlich zugeben, dass mir da so für ein bisschen die Lust einfach fehlt. So, irgendjemand, der gerade hinter mir ist, jo, hi. Ich war kurz so frei, bevor ich diesen Teil gestartet habe, und habe zumindest mal für unsere beiden Kollegen, die wir gerade haben mit Peavey und Zhao, deren... Deren Skills geupgradet, gerade Peavey hatte da noch 41 Punkte herumliegen, die einfach noch ungenutzt waren. Für uns selber habe ich jetzt noch keine Punkte vergeben, aber ich denke, mittlerweile ist das auch nicht mehr so tragisch. Denn ich denke, wir haben unsere Kombination gefunden. Ich denke, wir haben unsere Kombination gefunden, dass wir hier auf Volokar stoßen werden, oder würden. Aber ich habe natürlich auch zum Beispiel hier gerade cool gesehen, wie der Laser von der einen Ecke oder vom einen Gegner zu uns dann übergesprungen ist. Da hinten sind, glaube ich, noch irgendwo welche. Au. Wie bei uns? Ne. Aufgrund des Schattens wirkte das so ein bisschen verwirrend. Ich will logischerweise trotzdem gucken, hier voranzuschreiten. Aber ich sehe gerade zum Beispiel gar keinen da hinten. Also das sind definitiv Rokars. Und da hinten war das schon der nächste Größe aufgenommen. Nice. Ja, aber das ist leider das Problem, wenn diese großen Viecher auf die Turrets losgehen. Da ist ein Angriff ausreichend. Um die zu zerstören. Ich denke, das ist zum Beispiel so ein bisschen das Fiese, die Kollegen so ein bisschen in diesem Wald zu finden. Nice. Okay. Er hätte auch natürlich hier einfach weiterlaufen können, wie wir es hier vermutlich gleich demnächst machen werden. Okay. Zumindest werde ich es definitiv bei den normalen Rembrandt-Sachen machen, solange die eigentlich angreifen. Nutzen wir das hier einfach aus. Au. Au. Hatten wir das hier? Bleib ich da einfach hängen. Okay. Gehen wir einfach durch. Die können uns da eh nicht runterfolgen. Weil mir die Tür hinten auch zugeht. All right. All right. So. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, das ist tatsächlich hier als ganz unten angezeigt. Merkwürdige Anordnung, aber wie bei den E-Mails vermute ich. Das ist eine große Frage, wie das genau aufgebaut ist. Überlege ich mich auch gerade beim letzten Mal, wie das war. War diese Wand auf dem Netzmaschinen hier so? Achso, das war glaube ich die, wo man so komisch nach links und rechts abspalten sich konnte, genau wo man da hoch springen konnte. I remember. Und dadurch, dass wir hier alles ausgeschalten haben, scheint auch hier nichts mehr zu sein. Ich meine, das ist natürlich angenehm für uns. Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Okay, hier wartet wieder Stress. Okidoki. What? What are you talking about? Oh. Er vermutlich nicht mehr. Okay. Also, wir wissen auch, dass wir hier jetzt weitergehen müssen. Ha! Wir sind in. Wir sind in der Broken Access Point. Wir sind in der Rennen. Wir werden die Böse die Böse der Böse nachbauen. Und ich werde das Böse nachbauen. Und locken. Von Butch. Es ist nicht wert. Ich weiß bis heute nicht, warum wir das Ding immer wieder scannen. Ich denke, man hätte das cooler machen können. Okay, wir sind also wirklich hingegangen wegen einer Kleinigkeit. Und ich bin wirklich davon ausgegangen, ach ja, jetzt haben die das geklaut und wir müssen da hingehen und das irgendwie wieder zurückbekommen. Das ist dann deren Loyalty Mission oder ähnliches. Nope. Ja, wir gehen einfach weiter zur nächsten Welt. Meine große Frage ist, ob es jetzt tatsächlich hier das dann auch schon wieder war. Dementsprechend lasst uns ganz schnell gemeinsam gucken. Das ist jetzt Kadara. Das ist nicht die Welt. Wir müssen also ruhig einfach warten. Da müssen wir zu unserem Hauptschiff zurückkehren. Hier können wir mit der Auf-The-Tempest-Widt kommen einfach mit ihr reden. Ich dachte, wir müssen da komplett zum Nexus zurück. Also würde ich auch sagen, das machen wir dann auch gleich, wenn wir dann hier wirklich tatsächlich dann wieder abhauen. Eladin waren wir noch nicht da, wissen wir noch nicht mehr. Das ist in der Hinsicht. Hier haben wir nichts mehr, was diesbezüglich aufpoppt. Interessanterweise, wir haben ein Confront-Allison auch hier nochmal. Wir haben wirklich mit ihr konstant Spaß. Vielleicht gucken wir, wenn wir jedenfalls in der Tempest sind, dass wir das dann auch mal machen. Denn auch hier müssen wir dann nochmal irgendwann zurück. Wir müssen aber vorher erst nochmal nach Kadara auch hier. Das heißt also, wäre doof, jetzt nach Aya zu gehen, um dann wieder nach Kadara zu gehen, um dann wieder erneut nach Aya zu gehen. Das kann man, denke ich, cleverer machen. Additional Tasks, wie gesagt, ist mein Problem, dass nicht hervorgehoben wird, immer wo man was zum Kuckuck machen muss. You found a data pad revealing that the collective is holding a member of the outcast for ransom. Ich gehe mal davon aus, dass es für Kadara, äh steht doch Kadara, Kadara ist für Ransom. Ausnahmsweise mal, aber ich meine halt nur, dass es halt bei vielen gerade eben nicht so einfach dabei steht, mit Kat Devices, Remnant Ruins angeblich. Haben wir die jemals gefunden? Da müssen wir auch zum Nexus zurück, genau. So, wenn sie weiß, in Kat, dann... Okay, Brodromos ist dann vermutlich Eos. Okay. Also hier sind einfach so Kleinigkeiten, wo ich aber nicht das Gefühl habe, dass sie sich wirklich lohnen. Ich meine, deswegen sind sie vermutlich auch dadurch unter diesem Additional Tasks-Bereich angesiedelt. Aber trotzdem, man will ja schon ganz gerne hingehen und so gut es geht alles machen, um hoffentlich auch alles mitzuerleben. Aber die Missionen, dadurch, dass sie nirgendwo aufgezählt werden, also sei es in den jeweiligen Planeten oder auf der Map selber, machen es schon sehr, sehr schwer, sich da ernsthaft drum zu kümmern. Okay, lasst uns zurückkehren. Das mache ich gleich. Aber vorher wollte ich die eine Sache hier schon mal im Aya mit, genau, Safe Journeys aktivieren, dass wenn wir dann gleich zurückkehren, dass wir uns da gleich darauf stürzen können. Okay, wir sind wieder auf der Brücke zurück, danke schön. Wir scheinen auch hier keine weiteren Sachen zu haben, die wir direkt machen müssen. Also fangen wir mal ganz kurz erstmal an herauszufinden, wo zum Kuckuck, ich gehe mal vorhin aus, wirklich irgendwo in Hawal, ist auch nicht zum Scannen, all right. Äh, nicht in Hawal, sondern in Aya drumherum, genau. Genau das, was ich hören wollte, irgendwo hier unten. Und natürlich, das Scourge sieht schon durchaus beeindruckend aus. Das ist ein Navpoint provided by Mariko Daray, But there is neither evidence of a satellite nor debris from one. Trotzdem können wir Research Points aus nichts bekommen. Hooray! Äh... Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist der zweite? Hier oben, in Sabeng. Badabing, badasabeng. Okay, hier haben wir einen Planeten, mit dem wir so überhaupt noch nichts zu tun hatten, oder im Planetensystem, äh. Let's go there. Oh, das sieht cool aus. Great. Sicher, dass das es war? Nope, vermutlich nicht. Probes launched. Getting a scan. Okay, auch hier wieder. You're sure that astronomers' Navpoints are correct? You seem to think so. There's nothing out here. The Scourge didn't swallow a satellite whole. It can't do that right. I'll let you know. Let's check other Navpoints. The Snappoint does not contain an Angaran satellite, but there are traces radio-active particles in consistent with those produced by Small Starships' engine-trusters. Das ist ein bisschen mehr Informationen. Okay, dritter Punkt. Wo hast du dich versteckt? In Ayoba. Okay, zu diesem Bereich wurde bisher noch nichts gesagt. Probes launched. Anomaly found. Let me guess. No Angaran satellite? No, but I've got something else. Message buoy from an Angaran ship. They came here looking and didn't find anything either. Left a marker for us. Must be the Timur astronomers sent. They headed to a new Navpoint. We should join the party. This Kombui is set for extremely short-range transmission. Likely as a security precaution. Only a vessel searching its precise Navpoint can detect the message. Whatever that message may be. System report unit can broadcast another eight standard months. Status broadcasting data in Shellish. So, wir sollen jetzt zum Angaran vessels Navpoint hin. Mal gucken, wie das wiederum aussieht. Und zwar hier unten in Ericsson. Mal gucken, wie das wiederum aussieht. Achilles? A heck of a wake-up call. Ha, interessant. Aber die große Frage ist... Ach so, vielleicht ist... Er wiederum nicht auf unserem Schiff mit dabei gewesen, sondern vorher als alle jetzt mit zum Nexus. Würde natürlich auch klären, warum das Schiff schon... Also die Tempest da war. Probe weg. Anomaly found. Let's go there. Okay. Das Schiff sieht leicht beschädigt aus. Stand by. I'm cutting through heavy interference from the Scourge. We are pretty close for comfort. Something's drifting just inside. Angaran ship. In pieces. No life signs. Who did this? Cat? I found the ship's log. Scanning and downloading. Scavengers. The Angara caught them stealing satellites. The Scavs fought back. And the Angara collided with the Scourge. Can we find the Scavengers? I have their ship's transponder ID. Is registered out of Kadara Port. Hey, da müssen wir eh hin. This Angaran survey vessel suffered catastrophic damage during a high-speed collision with the Scourge. Mouse wreckage remains trapped inside the anomaly. Research points. Meiner Ding könnte man vermutlich da raus retten und mehr daraus machen, aber hey. Okay, wir müssen zum Port. Das heißt, da wären wir dann auch als Exit. Yes, Exit. How cool. Das ist natürlich cool, dass wir das wirklich so sehen. Wir können maximal noch mal gucken, ob irgendwas E-Mails-mäßig ist. Wir wollen zwar nicht drauf angewiesen. Vom Axel. Human. To hate blindly is as dangerous as to trust blindly. An old Angaran proverb. One of many I have forgotten somewhere along the way. This is not an apology. I don't know if I will be able to look upon an alien or not feel hatred. But what I did to Jarl was wrong, so I must try. Huh. Das klang ja schon ein bisschen so, als wäre das das Ende von dieser Geschichte mit Axel und den Roka. Was leicht enttäuschend wäre. Denn Rassismus funktioniert so nicht. Oh, eine Sache. Wups. Okay, ich habe es eingesehen. Da, la, la, la. So ist das nicht. Natürlich nicht hoffe, dass das hier wirklich nicht das letzte war von dem. Präpping VidCon communications. Okay. Ryder, tell me about the satellite you found. Director. What are you talking about? My alert identified a ZK resource tracker. Their emergency tech full of override so they can bypass protocol. They were designed by Dr. Zoe Jean Kennedy. She disappeared with the Exiles. If her tech has shown up, that could give someone a backdoor to steal from your outposts. Why were these trackers allowed to bypass protocols? They're supposed to be hubs. To rapidly track and pull resources if lives are at stake somewhere. That's why they weren't deployed. Tan didn't like anyone bypassing his rubber stamp. If this satellite is new, how has it kept up with our security measures? That's a very good question. She disappeared with the Exiles, but you weren't calling her one? She sympathized. But we'd never let an expert like that go. She was vital. But in the chaos, a lot of things, and people, went missing. Pretty extreme to set up a personal alert. Why do that? A lot of Dr. Kennedy's projects were unofficial. But you backed them. Like these trackers? I don't want some arsehole using my access codes to cut a backdoor into our resources. Or Tan blaming me for it. But I also want to know what happened to her. What was Dr. Kennedy's role in the initiative? She designed the orbital beacons, forward stations, and half the kit in the Tempest. She'd ram an upgrade through before the requisition was on Tan's desk. Dr. Kennedy disappeared along with the Exiles. That was a big loss. If we have to find the tech or the person, where do we begin? You got a sliver of data from the first tracker. With more scans, maybe Suvi can assemble a point of origin. Obviously, these trackers are being deployed where initiative tech is concentrated. That means outposts. Try another outpost system, or place more. Maybe you'll draw them out. Whoever they are. And when we find them? They're stealing our resources. My concern is Dr. Kennedy. Her tech, their lives. In that order. Okay, find a ZK-Tracker in the Pythorce system. Haben wir hinbekommen gehabt. Muss man gucken, wo stehe ich hier. Ähm, und jetzt brauchen wir das noch für irgendwo anders. So, das brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Das ist natürlich das Lustige. Jetzt muss man auch erstmal zur Hölle herausfinden, wo man diese Mission auswählen muss. Because I do not know. Now your enemy. In the know system. Dann finden wir mal raus, was das für ein System ist. Ich glaube nicht, dass wir schon wieder genug gesammelt haben, um wieder irgendwelche Resource-Extras zu bekommen, oder wie auch immer. Okay. Gucken wir, gucken wir, gucken wir. Ich denke, wenn wir das hier eh schon gerade haben, sollten wir zumindest so einen gewissen Anfang machen. Okay, das ist Vault. Bitte sagt mir nicht, dass ich gleich auf Vault zurückkehren muss. Obwohl es hier erstmal wirklich nur hieß, man soll diese Tracker-Sachen machen. Und dann vermutlich geht es in der Zukunft weiter, wenn man dann weitere Außenposten platziert hat. Weil so hat es sich ja danach angehört. Ach so, war das nicht die Sache, wo die draufgegangen oder explodiert sind, wenn man zu nahe ran kam? Okay, also auch hier wieder zu Klammern, Den Text hatten wir auch schon mal so auf die Art und Weise. In the Nalash System. The little things that matter. Man kann ziemlich gut sehen, wo die sich befinden. Das ist die gleiche Nalash System, die die ZK-Trackers sind. Right, Addison's request. Let's see if this helps us find her missing scientist. Dammit. The shuttle's just a relay. But I think we can get in their feeds. Hold on. Signal's through. Ready for coordinate transferring. Who the fuck? We've been found. Deadhead the cops. Here we go again. I'm the Pathfinder. A Pathfinder? One finally showed? Harlan, stop talking. Is that Dr. Kennedy? Are you okay? Director Addison is concerned about you and your tech. Keep them talking, Ryder. Tracing. All I want is to stop the stealing. All I want is to stop the stealing. I have outposts of people trying to start their lives. Outposts starting lives, huh? Let them see, Harlan. They just forwarded Dr. Kennedy's medical profile. Ryder. She's pregnant. That woman is pregnant. That woman knows full well the state she's in. You are really pregnant. What happened? When a mommy and a daddy love each other very much, they don't let humanity die out. You're with Addison? Well, she fell in line with Tan. Said we couldn't add new mouths until we were stable. But this wasn't about waiting until we could afford a house. We were dying. So I left. With enough meds for Harlan and I to get off the blockers. How far along? Dr. Kennedy, how long? Eight months, give or take. We're not going back. You're not getting my tech? We'll be fine without you. Tell Addison. Fuck it. Don't tell her anything. Kill it. They flashed the core. Couldn't get a trace. Addison will want to hear about this. And I've got questions for her. Yes. Director Addison, I have a sighting on your missing Dr. Kennedy and her trackers. She's alive? And eight months pregnant. Fucking hell. She wasn't abducted by exiles. She left because the Nexus had no plan. She said you didn't want people to try getting pregnant. Of course I didn't. We had no worlds. We knew we would lose people. I wasn't going to watch babies die, too. I thought the stupid, irresponsible, selfish. She was always like this, even back on Earth. She talked me into this. And now, now we have to save her tale. Wait, what did Dr. Kennedy talk you into? She's an old university friend. We were catching up and she mentioned a project she was training for. The Andromeda initiative? She'd still be here if I wasn't forced to tell her no a year ago. Dr. Kennedy seems to have a group with her. Stealing aside, she has support. How long will that last? She's the smartest person I know, but she jumps without looking. Ryder, we have two speeches banked for the first child in Andromeda. Trust me, you want the one for the good outcome. What was the timetable for stopping the contraceptives everyone got before Cryo? No way to tell. It was to be determined. You had to know that would frustrate people. It was the only answer we could give. The alternative was more mouths and more death. We know how to find her. We find more of her ZK trackers. Hopefully you can draw them out by placing more outposts. If she hasn't changed the protocol. She's eight months. She may be distracted. This is a complete shitshow. Find them Pathfinder. The first human child in Andromeda can't just disappear. Find a ZK tracker in the Gorgam system. Alright. Let's continue. Let's continue. Hey, really. Alles führt irgendwie nach Kadara. Das ist sehr, sehr lustig zu sehen. Ich weiß mittlerweile zugegeben nicht mehr wie viele Aufgaben wir wirklich in Kadara zu machen haben. Aber das ist ganz angenehm, dass man bevor man den Planeten betritt, alle Quests dann nochmal sehen kann. Und zwar nur zum gewissen Grad hilfreich, weil man muss ja dann erstmal diesen Domen... Just detect it a ZK tracker. Ja. Scan is ready. We need Dr. Kennedys location. Understood. Believe me. We must natürlich auch erstmal dort halt dann die Quests finden. Probes launched. Something is different Pathfinder. An Angara signal in the tracker. Try and get me the last message through. Okay, was haben wir denn hier jetzt? Kaboom. Kabim kaboom kaboom. We find the sources. Tech will give us initiative access. The breeder is also a symbolic target. No mercy. Rokard targeting Dr. Kennedy. Suvi, do we have her? Negative. We need another tracker. Dammit. This is satellite. Tracks initiative shipments. Genau. No Z-Tracker. We're authorized. Yada, yada, yada. Das lustig ist, den würde man dann normalerweise kaputt machen wollen. Obwohl dabei steht error, error, error. Whatever. Aber, ja. On hold. Und das heißt also, da müssen wir wirklich jetzt erstmal wieder einen neuen Outpost generieren. Damit dann den Tracker Satellite auch gesetzt werden kann. Und dann da weiter zu machen. Hm. Okay. Gehen wir mal ganz kurz gemeinsam nach Kadara. Einfach mal ganz kurz dazu zeigen. Ich glaube, ich habe es nämlich nie gezeigt, wie das Ganze genau aussieht. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht so des Umwerfens. Drei Sachen angeblich nur. Das finde ich überraschend. Okay. Let's go. Ich habe mich gleich dazu entschieden, hier unten anzufangen. Denn oben gibt es überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wir werden jetzt hier von Anfang an... Wo genau hin? Ach. Ich finde das so doof, wie das aufgeteilt ist in dem Spiel. Dass ich nicht vom oben Kadara Port unten reingucken kann. Und natürlich, dass dann hier aus irgendeinem Grund das so aufgeteilt wird. So. Gucken wir mal ganz kurz. Wir müssen... Ach. Nicht wieder zu diesen Hippie-Kollegen da hoch. No. Why? Dann müssen wir hier zu den Remnant-Sachen dorthin. Und was auch immer das da ist mit Satellite Scavenger... Hide Art. Okay. Dann fangen wir natürlich hier an. Das ist zum Beispiel auch toll. Also, wir machen das so. Wir gehen hier hin. Gehen dort. Gehen dort. Gehen dort. Aber weil hier ein Travel Point ist. Und das klingt clever. We're approaching the scavengers that stole the Angaran satellites and destroyed the search vessel. What are the odds they'll surrender peacefully? Less than... One percent. Wah. Wah. Watch the grenade! Good idea. Ich muss jetzt zugeben. Ich find's unendlich lustig, wie viel... Ah. Okay. Anarchist. Wie viel die Turret aushät. Keine Ahnung, warum die Tür sich da geöffnet hat. Die Tür öffnet sich da immer wieder. Ich weiß nicht wieso. Da ist niemand von uns in der Nähe. Man, ich nehme das sehr gerne mit, wenn ich hier schon drin stehe. Irgendwo über uns. Hurray! So, wo haben wir denn hier was versteckt? Sieht aus wie eine normale Turbine. Normale tote Gegner. Hier ist aber nicht wirklich viel Platz, um irgendwas zu verstauen. Ähm. Achso, ich habe das Quest nie ausgewählt gehabt. Woopsie-Daisy. Ich wollte nämlich schon sagen... Ist das nicht das falsche Quest? Ähm. I'm seeing it. Ich... Was hat... Achso, die werden besser leben. Ich habe die Tempest zu retrieren, was left für Transport zu Aya. No Angara hier. Just our people. Another black guy for the initiative. Ich meine, damit musst du halt leben. Kannst ja auch gleich sagen... Oh ja, die Roka sind auch das schwarze Auge der Angaran. Aber whatever. Okay. Dann fahren wir jetzt da runter. Um die Sache für Pibi zu machen. Die vermutlich immer noch nicht die letzte Sache sein wird. Denn auch hier wird weiterhin nicht Personal Mission hervorgehoben. So, dann müssen wir mal gucken... Wie viele Sachen denn noch... Wenn wir zusammengebrochen sind... Ich merke, dass du oft eine Position nahe zu Reiter stehst. Hm. Kann sein. Es scheint wie eine einfache Versuchung, die sie zu retten zu sein. Sie ist der Wegfinder. Du machst das, wenn du da mit den anderen bist? Nicht so viel. Ich verstehe. Aha. Ich überlege nämlich gerade, welche Leute Missions uns noch fehlen. Sie machen aber nicht unbedingt den besten Job. Sie machen aber nicht. Warum hat das interessanterweise nur einen getroffen, obwohl da so viele nebeneinander standen? Okay. Wir hören uns hier schon am... Pulsieren. Remnant Relic. Ignorieren wir das erstmal. Und jetzt machen wir das hier. Ich werde dich und deine Asari an Kadara-Port treffen. Du kannst die Technik von mir kaufen. Aus. Ich brauche dieses Stück, Reiter. Ich glaube, wir haben eine Date mit einem wunderschönen Auslager, der sich ein Rival gefällt. Hooray. Hooray. Und weiter geht's. Das kann erst jetzt ja jemand Musik angefangen zu spielen. Nope. Das war einfach nur... Hintergrund gedudelt. Oder was auch immer. Okay. Letzter Punkt, den wir ansteuern dürfen. Äh... Weißt du was? Hör mal ganz kurz zur Hilfe, dass ich ungefähr weiß, wo ich hinfahren muss. Okay, Entschuldigung. Dankeschön, kleiner Punkt. Ja, so bist du... Also, ich sollte nicht zufrieden mit dir flirtieren, soll ich? Ich denke nicht, dass das irgendwo geht. Meine Gedanken sind genau. Und... Ja, dann müssen wir zum Kaderaporten mal hoch. Genau. Und danach zum Nexus. Ich weiß nicht, wie viele wir davon heute noch schaffen werden. Oh no! No, 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 no. Nicht einer von den Dummbatzen wieder. Für jetzt werden wir den mal ganz kurz ignorieren. Denn das sind so nutzlose Kämpfe. Die einfach zu überhaupt nichts führen. Außer halt, dass es viel draußen dann im Weltall rumeiert. Und wir dann für irgendwelche... Achso, ich dachte, wir müssen wirklich zu den... Zu den Stonern selber hin. Ich bin ja schon lustig über alles rüber erfahren. Hallo. Irgendjemand irgendwas? Ja, okay. Das ist doch vermutlich mal. Oder? Na. Normalerweise versteckt sich sowas nicht in so simplen Trüchen. Ich muss mal wirklich da oben nochmal gucken. So muss nämlich nochmal Zeug. Genau. Das ist vielleicht ein Angaran-musikalisches Instrument. Lasst uns das Avela zeigen. Okay. Damit haben wir jetzt hier zwei Sachen für sie gesammelt. Und... Scheinbar sind wir hier wieder fertig. Ja, das ist das große Problem. Das haben wir... Return to Mariko. Das haben wir auch gemacht. Das ist wirklich rein Nexus. Wir haben... Deswegen, das ist so spieler Witz. Wir hatten ja hier Kandaras Ransom. You found a datapad revealing that the collective is search for more datapads on outcast member. Was ja nicht der Fall ist. Die outcast member oder allgemein Gegner droppen keine datapads, sondern die liegen halt irgendwo herum. Being helped by the collective. Dementsprechend jetzt hier irgendwelche doofen Camps abzusuchen, ist mir ehrlich gesagt zu dem nicht. Gucken wir mal ganz kurz, ja. Outlaws intercepted medical supplies meant for the initiative outposts. And you have been tasked to hit Outlaw bases and reclaim them for redistribution. Wo auch immer wir das machen sollen. Deswegen, das ist mir einfach leider zu doof. Zum Beispiel hier auch. Collect unearthed remnant devices on Haval. Also, ihr seid. Falls da was wirklich tolles dabei sein sollte, werden wir das jetzt einfach mal ignorieren dürfen. Denn ich habe keine Lust danach zu suchen. Wenn das Spiel schon sagt, wir sollen das nicht so einfach finden, dann müssen wir damit leben, dass wir es verpassen. Okay, große Herausforderung. Oh, hier ist ein Research Center. Dass wir jetzt dorthin gehen. Ach, das ist auch gleich hier. Sehr schön. Muss ich mich nicht durch irgendwelche Türen zwängen. Hier kann man hochgehen. Ha. Das ist neu zu mir. Ich meine, dass wir hier noch nie waren. Ich meine, wir müssen trotzdem durch diese Tür. Oh, die Tür geht in besonderweise schnell. Hey, hi. Who are you? Ich kann mit dem Typen nicht reden. Ha. Ähm. 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 Okay. Das hat hier nichts damit zu sagen. Okay. Ich komme nicht an den Rand. Ah, doch. Oh, no mind. Oh, thank God. Didn't think anyone would stop. I need you to deliver a message. Please. First tell me why they've got you locked up. I may have had too much to drink. And urinated on one of the guards. No may have about it. My oats still smell of piss. I've always been a bad drunk. What kind of message? Nothing illegal. Just... I just need to get word to my girlfriend. She's probably worried sick. Alright. What's the message? My girlfriend, Sila, works at Tartarus. Most beautiful Asari you've ever seen. Skin like the ocean. Eyes like... Jim. The message. Right. Tell Sila I've run into a... a complication. But I'll have the credits to pay Sloan's protection fee soon. Ask her to wait for me. Oh, and leave out the part where I'm in jail. Thanks. Aha. So, wo ist das? Ist das hier hier? To the Tempest. Nope. Es ist nicht hier hier. Ah, jetzt kann ich dieses Quest doch hier. Gerade so. An der Ecke. Am Zipfel. Kann ich es wirklich noch wieder aktivieren. Hier ist ne Tür. Hier. Ah boi. Cutter Report. Also ich glaube von hier hatten wir dann auch in der einen Cutscene am Anfang die beiden da rumäumen sehen. Man kann das nicht glauben. Ein Mann hat einfach versucht, eine thermos für eine Krogane zu verheben. Du musst dich liebden. Nein. Es war so ein Sout in es. Es schmeckt wie Barley und Clams. Shit. Du hast ihn nicht verlassen? Barley und Clams ist meine Fave. Wir haben einen Intruder. Wir haben einen Intruder. Wir sind in Peebee's Quarters. Die Bote ist weg. Pock? Wie ist das passiert? Ich bin nicht sicher. jemand wusste, was sie waren. Sie leften eine Impressive piece of Remtek, und eine Rekordet-Message. Relay es jetzt. Ryder, es ist Kalinda Terev. Palisari ist... ...well... ...whatever sie mich heute nennen. Bitte sagen Sie, die nifte Bote. Ich glaube, dass die Remtek-Message-Message-Message-Message-Message ist. Die Bote ist gut. Oh, und kein Problem für meinen Krogan-Krogan-Kranit. Er und seine Auslöhungen arbeiten für mich. Ah! Shit! Warum kann sie nicht einfach nur mich alleine? Warum hat sie es für dich in? Sie sollte nicht. Ich bin die Aufmerksamkeit. Ich bin die Aufmerksamkeit. Ah! Ich bin die Aufmerksamkeit. Ich brauche die Aufmerksamkeit. Ich brauche die Aufmerksamkeit in Pac. Kalinda ist immer ein Troublemaker. Alles für ein Ries. Und wenn es ein Profit gibt, alles besser. Ich bin sorry, du siehst. Siehst du jetzt, Ryder. Du musst nicht mit diesem Problem. Ich mache es auf mein eigenes Leben. Ich versuche. Hey! Wir sind das zusammen. Uh... Danke. Wenn ich einen Lied habe, um Pac zurück zu bekommen, werde ich dir wissen. Ah! Bitch! Ich habe meinen Bot. Hammer erstmal soweit. Gut. Dann laufen wir dorthin. Und werden alles andere erstmal hier ignorieren. Wir werden maximal eine Sache machen. Und zwar herausfinden, wo zum Guckuck diese eine... Ist es ein extra Task, wo man herausfinden muss, wo diese eine... Tag, the ghost of promise. We discovered a research station left behind by one of Eos for settlers. Warum sehe ich das Ding jetzt zum allerersten Mal? I don't know. Name... Ah... War zum Beispiel auch toll, dass es so eine Aufgabe gibt. Hey, craft a weapon. Nachdem ich schon drei von denen gemacht hatte. Kadara. Das ist schon interessant. Also, entweder lag es daran, weil es nicht auf der gleichen Ebene war, und dass ich das nie gesehen habe als Quest. Aber... Ich weiß nicht, was das für ein Ort ist oder ähnliches, aber wir werden dann einfach mal gleich zusammen gucken dürfen. Ich wünsche, dass wir Kadara 10 Minuten gefunden hätten. Ah, der ab. Erneut erspare ich euch etwas Herumgeäumelei, denn... Wie man vielleicht hier an dem Marker bereits sieht, wir müssen nicht irgendwo auf den anderen Planeten, was vielleicht merkwürdig wäre, warum man dann Protection Money zahlen würde. Sondern es ist tatsächlich hier irgendwo. In den Slums. Auf jeden Fall, was ich dann auch kurz angesprochen hatte, die Tanz da gerade drin. Okay. Ähm... Wir werden... Nachdem wir hier fertig sind, nicht... erstmal zum Nächstes gehen, sondern nach Arya. Das werden wir auch noch heute machen, denn wir haben dann noch Quest zum abgeben. Ja. 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 Na ja. Und jetzt gehen wir doch zurück zu Jem. Du bist so ein dinges Kahn. Unglaublich. Ah, boy. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder hoch, während sie an irgendwelchen Steinen hängen bleibt. und ab wir die charlatan quest 3 noch irgendwo hin führt das wirklich das quest gewesen irgendein random typi und daran ich kann hier überspringen was sehr clumsy aussagen kann ich hier überspringen hat hätte auf jeden fall schönes ende sein kann ja auf jeden fall wir gehen zurück nach aya und geben dann noch die quest heute ab dann war es das vermutlich kallo check your email von pb got a lead hey if there's got someone who can help us find pock you might need a little convincing when we go to katarra port fuck off already ich bin jetzt zum dritten mal zu diesem planeten zurückgeflogen all right back we go ihr dürft nicht vergessen jedes mal schneide ich gefühlt zwei minuten an irgendwelchen cutscenes raus wo irgendwelche flugzeuge von a nach b fliegen oder was auch immer und hier zu sitzen und einfach sich das jedes mal angucken zu müssen ist so unmütend klar es gibt mods die im endeffekt diese sachen rausschneiden das problem ist dass da trotzdem ladezeiten hinter sitzen sei sie zum beispiel auch gerade die auch bin dran vorbeigelaufen mit der mod die zum spiel diese türen schneller öffnen lässt die türen gehen zwar schneller auf aber trotzdem existiert eine ladezeit dahinter die erfüllt werden muss heißt also im endeffekt ob man jetzt hier für längere zeit gedrückt hält oder die tür öffnen und dann warten muss bis er sich öffnet der unterschied ist relativ übersichtlich you are my new best friend i like to introduce you to my new best friend what's your name again samrick right right samrick here has been so sympathetic about park being stolen he used to run with our pal kalinda and he knows where her cruise congregate safe houses rallying points et cetera i trust he's telling you what you need to know well look i appreciate the drinks and the flattery and all but kalinda doesn't take kindly to people discussing their business interests she busted me up pretty bad when she kicked me out of her Ich weiß nicht, Reiter. Ich weiß nicht, Reiter. Du sitzt in einer öffentlichen Bar auf Kadara Port mit uns. Kalinda will wissen, und sie wird das Schlimmste sagen. Ja, und sie wahrscheinlich wird nicht die ersten 30 oder 40 Mal, dass du deine Innocen schlägst. Also kannst du uns sagen, was wir wollen wissen. Zumindest, damit kannst du noch eine Freie-Drink. Ach so, ich weiß nicht, das kann ich nicht mit dem reden. Und ich bin immer noch zufrieden. Danke, Reiter. Ich denke, er wird jetzt kooperieren. Ich weiß nicht, wo, zu Pops zu suchen. Ich denke zwar immer noch, dass diese Struktur der Mission komplett für den Hintern ist. Gerade vor allem, wenn man in Kadara Port war, hier diese Mission da oben hatte, zurück zu seinem Schiff geht, um dann da seine E-Mails checken zu dürfen, um dann erneut hier zurückzukehren. Da hätte man wirklich, während man live hier ist, einfach ein Update sagen können. Hey, Intercom oder irgendwie Communication-mäßig. Yo, wenn du noch hier bist, komm zurück. Ich weiß hier XYZ. Oder man baut einfach hier ein dopes E-Mail-Terminal hin, wenn man hier schon schafft, Research-Stations hinzusetzen. Okay. Ich denke, wir hängen jetzt für heute noch Aria hinten dran, um wenigstens so ein bisschen gefühlt was gemacht zu haben. Und ich hoffe, dass jetzt nicht erneut uns gesagt wird, dass wir zu Kadara Port aus irgendeinem Grund zurückkehren müssen. Denn dann werde ich es nicht machen. Okay. Ich war so frei und hab euch die ganzen Sachen erspart, um hier hinzukommen. Aber jetzt dürfen wir natürlich hier den Spaß abarbeiten. Als erstes haben wir hier gleich ganz vorne eine Sache. Das wäre nicht die Sache, die ich jetzt hier ausgewählt habe. Aber das ist nicht schlimm. Könnt ihr es trotzdem machen. Ich habe immer ein willkommenes Sicht, Pathfinder. Ich habe noch keine Worten von unseren Forschungsvessel. Wie geht deine Begründung für die missingen Satelliten? Ihre Leute haben die Scavenger aus Kadara Port, sie haben sie. Es war eine Kampf. Ihr ship verloren. Ich habe sie raus. Und deine Leben, auch. Die Scavenger? Angaren? Unsere Dessertes haben wir wieder auf uns? Die Begründung waren meine Leute. Exiles. Sie haben deine Satelliten in die Schrauben. Ich bringe was left. Ich bringe was. Die Initiative ist supposed to explore, nicht steal and kill. Why would your people steal something that protects us all? Murder those who are only trying to help? These were a few bad people. There are thousands of good ones out there. How can we tell the difference? Maybe the others are right. What if you are no better than the Kett? These Scavengers abandoned the Initiative. Just like your deserters left you. And we hate them too. Keep what your people stole and go. I don't... I can't talk to you anymore. Yolos. Sorry to hear things went south of that Angaran astronomer rider. Found a silver lining, no? The scrap satellites are gonna come in extra handy. Not as handy as what we... Mhm. Yes. Cat got your tongue. I guess. Looks like it. So, war das jetzt hier gleich hoch? Ne, das war weiten. Mehr hinten. Genau hier oben ist nämlich die Embassy oder jeniges. Aber hey, immerhin einer der Astronomer, der sich dann den Roka anschließen würde oder was auch immer. Vielleicht können wir den dann irgendwann noch in die Sicht schießen. So, Drag ist lustigerweise immer bei den Bars zu finden. So, guck mal was jetzt hier passieren wird. What? What are you talking about? Ähm... Warum kann ich hier nichts auswählen? Ja, 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 ja. Ich soll aber mit dir reden. Und du hast so getan, als hätten wir noch nie zuvor miteinander gesprochen. Hello Pathfinder. Any good news for me? Das war richtig merkwürdig. I picked up this figure earlier. It might be Angaran. This... This is unfamiliar to me. It does resemble an Angara, but... It looks so strange. It's clearly centuries old. Is it an artistic interpretation? Or is this what we really look like? Implications. Pathfinder. You may have discovered our earliest artifact yet. Could it be a relic from another culture? The technique and material matches other Angaran relics. And you found it in one of our worlds. But perhaps the depiction isn't an Angara. It could be a deity of some sort. Is this Angaran? I found it on one of your homeworlds. Son above. It's an ancient Ravan. A musical instrument. It uses an Angara's body energy to produce music. We have them now, but nothing is beautiful. The songs that played were probably lost long ago. How much culture have we forgotten? Art, music, stories... It's all gone. You're already rebuilding. Look at Aya. We have a long way to go. In any case, relics like this, help us. I'll come back when I have something. Stars guide your travels. I'll come back. With other words, we are probably going to see more in the future. Hooray. No payout. Nothing interesting at all. Hooray. Okay. Auf jeden Fall... Damit haben wir's für heute. Der Teil war irgendwie enttäuschend, weil irgendwie entweder passierte gar nix. Oder halt... ... nur irgendwie... Irgendwie für später was. Was eventuell auch zu gar nichts herausführen könnte. Okay, zugegeben, die Leute, die mir schon wird wohl vermutlich irgendwas mit sich bringen. Aber trotzdem. Leicht enttäuschend, aber hey. Masse fängt an drum wieder, nicht wahr? Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.